Ja! Die Plünderer werden uns in Skarlitz erwarten. Das letzte Mal haben wir da ordentlich Beute gemacht. Wir könnten diesmal auch ordentlich Beute machen. Das Problem ist, das Pferd ist voll. Und ich weiß gar nicht, wie ich das alles nach Hause karren soll. Das reimt sich sogar. Das Pferd ist voll. Bist du sicher? Na? Kommst du? Komm. Komm. Lauf. Du kannst es. Ich weiß es. Komm, lauf. Komm. Schnell. Lauf. Lauf. Lauf, wie du noch nie in deinem Leben gelaufen bist. Huch. Jetzt hänge ich hier fest. So. Ach, weißt du was? Weil du es bist. Okay. Also ich habe noch nie einen dümmeren Banditen gesehen. Es tut mir sehr leid. Den lasse ich einfach hier liegen. Der ist es nicht mehr wert, geplündert zu werden. So. Schluss damit. Wir müssen nach Skarlitz, denn wir wollen endlich den Schatz finden, der uns angesagt wurde. Unter dem... Ach guck mal, von hier aus ist auch ein schöner Approach on Skarlitz. Ich glaube, das ist auch der reguläre Weg, ne? Das ist der Weg, wo man dann vorne ins Tor reinkommt. Das ist sehr schön hier. Und wir haben im Prinzip direkten Zugang zu unserem alten Heimatdorf. Ja, wäre natürlich schön, wenn wir in ein Dorf zurückkehren könnten, das ein wenig aufgebaut wäre. Genauso wie wir eben gerade Pribis Lavitz aufbauen. Unter dem Taubenschlag, hat er gesagt. Das ist ein Taubenschlag, oder? Äh, äh, da war doch was. Ne, das ist nur eine Brennnessel. Ja, gut. Wir müssen nochmal genau gucken, was er gesagt hat. Nicht, dass wir jetzt hier Ewigkeiten hin und her laufen und nicht genau wissen, wo wir hin müssen. Der Schatz. Angeblich gibt es einen in Skarlitz. Trotz der Plünderung noch einen Schatz zu holen. So. Hm, 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 hm. Wie jemand von Wertgegenständen sprach, die in Skarlitz unter einem Taubenschlag versteckt sein sollen. Das hier ist doch ein Taubenschlag, oder? Also es wäre jetzt zumindest nicht ungewöhnlich. Aber vielleicht ist es nicht gerade der Taubenschlag, der gemeint ist. Die müssten doch mittlerweile alle total vergammelt sein, die Viecher, die hier rumliegen. Wobei, ja gut, da sieht man auch schon. Bisschen was ist auch schon skelettiert. Ähm, ne, 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 so ganz. So ganz wohl fühle ich mich hier drin immer noch nicht. Außer Krähen hört man hier leider nichts. Wo, welchen Taubenschlag meint er denn? Gibt es hier oben noch einen? Da gibt es noch einen. Ist hier ein Schatz? Nein, hier gibt es offenbar auch kein, oder? Moment, da war was. Beginnen zu graben. Ach doch, guck mal. Das ist der Taubenschlag. Aber das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Also das war jetzt nicht sehr offensichtlich. Und wenn ich da jetzt nicht aus Versehen unten rechts die Einblendung gesehen hätte, wäre ich hier glaube ich wieder vorbeigelaufen. Hätte einen anderen Taubenschlag gesucht. Aber gut. Das ist alles kaputt. Wow. Boah, ich bin begeistert. Ich bin absolut und das muss ich jetzt auch noch mitnehmen, oder was? Das kann jetzt aber nicht der Schatz gewesen sein, oder? Finde den Schatz unter dem Taubenschlag. Das kann nicht der Schatz gewesen sein. Vielleicht sind unter allen Taubenschlägen irgendwelche Schätze vergraben, weil ich meine, die Markierung ist ja auch noch da. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand als Wertgegenstände bezeichnet. Beim besten Willen nicht. Guck mal, wir sind wieder zu Hause. Na ja, home sweet home. Damals, wie schön war das hier, als wir hier rausgekommen sind. Das erste Mal. Und uns gedacht haben, Mensch. Die Welt sieht so schön aus. Und jetzt. Trümmer. Nichts mehr. Was ist aus uns geworden? Aus uns ist ein grausamer Kumanenschlechter geworden, der Leben nicht mehr zu schätzen weiß. Der auf pure Rache aus ist und dabei alles in seinem Weg niedermacht und tötet. Ich weiß nicht, ob diese Entwicklung für Heinrich wirklich angemessen ist. Er sollte einmal Schmied werden. Was ist er jetzt? Ritter und Vogt. Hier ist kein Taubenschlag mehr, oder? Es gab doch diesen Taubenschlag da unten bei dem Deutschen, wo wir Fäkalien an die Hauswand geschmiert haben. Könnte es sein, dass da eventuell was ist? Ich versuche mal hier rüber zu kommen. So, mit einem geschickten Hechtsprung schafft der Heinrich das auch eine Rüstung. Er ist ja ein sehr fideler junger Mann. Da ist der Taubenschlag. Das habe ich gemeint. Zwei sogar. Ja gut, dann schauen wir doch mal. Gibt es hier was zu graben? Löwenzahn. Ja gut. Gibt es hier was zu graben? Hier nicht. Vielleicht da hinten. Gibt es hier was zu graben? Hier gibt es nur Brennnesseln. Ja, langsam gehen mir die Ideen aus. Jetzt bin ich doch ein bisschen überfragt. Oder habe ich hier wieder einen Grabungsort übersehen? Ich bin ja auch kein Archäologe. Ich weiß nicht so genau, wo man hier graben kann und wo nicht. Hier gibt es Baldrian. Den nehme ich mit. Um mich zu beruhigen, gleich wenn ich ausraste, weil ich den Grabungsort nicht finde. Tja. Dann gehen wir mal hier unten runter. Aber es muss ja irgendwo in der oberen Siedlung sein. Also unten, die andere Siedlung wurde uns ja auf der Karte nicht angezeigt. Nicht als Suchort. Also hier meine ich jetzt, hier ist nichts. Das heißt, das muss hier oben irgendwo sein. Die Frage ist nur, wo? Und warum haben die eigentlich so viele Taubenschläge hier? Ich meine, was machen die mit den Tauben? Essen? Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Also wenn das einer weiß. Warum hatten die in diesem mittelalterlichen Dorf das ja... Hätte ich das gehört? In diesem mittelalterlichen Dorf das ja, soweit ich weiß, möglichst realitätsnah dargestellt werden sollte. Ah ja. Warum hatten die hier so viele Taubenschläge? Das ist mir nicht bekannt. Noch mehr kaputte Kleidung. Sehr schön. So, das heißt, es muss noch einen Taubenschlag geben, den wir nicht gesehen haben. Komm, Heinrich, geh hier rüber jetzt. Du kannst auch klettern. So, endlich. Da ist noch einer, der ist niedergebrannt. Darunter kann man aber auch, glaube ich, nicht graben, oder? Ah, guck mal hier. Da hätte ich den ganzen anderen Mist ja gar nicht mitnehmen müssen. Das war ja nur Ablenkung von dem eigentlichen Schatz. Ah ja. 250 Groschen. Meine Güte. Kunash hat die Wahrheit gesagt. Aber den Kelch kenne ich doch. Er gehört Behran. Und der ist wohl auf. Ich habe ihn in Ratai unter den Flüchtlingen gesehen. Er trägt stets rote Kleidung. Was nun? Oh, oh. Das heißt, eigentlich müssten wir die Fundsachen hier zurückgeben. Aber ich kann doch nicht diesen wertvollen Kelch und die 50 Groschen, die ich gefunden habe, die kann ich doch nicht weggeben. Die brauche ich doch. Naja. Immerhin, Kunash hat uns die Wahrheit gesagt. Und wir konnten ein bisschen was von den Wertgegenständen zurückholen, die der junge Mann in Ratai offenbar zurückgelassen hat. Das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Wir begeben uns wieder nach... Ach, guck mal. Wir könnten unten an... Wie hieß nochmal das Dorf da hinten? Rovna. Dann reiten wir einfach mal an Rovna vorbei. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch den ein oder anderen Banditen hier auf dem Weg finden. Dann könnte man nämlich noch ein bisschen plündern. Das tut der Haushaltskasse immer sehr gut. Deswegen würde ich die auch gerne mitnehmen. Da vorne waren doch immer Banditen in dem Rondell drin da. Und was ist eigentlich aus dem Typen geworden, der hier seinen Hof wieder aufbauen wollte? Der wollte, dass der Pfarrer wieder zurückkommt. Der Pfarrer ist ja mittlerweile wieder da. Den haben wir ja gerettet von den Halunken, die ihn in den Bergen gefangen hielten. Wir gehen mal ganz kurz da rein, statt nur mal einen ganz kurzen Besuch ab. Vielleicht können wir ja ein bisschen heimlicher sein. Hallo? Guck mal, wie ist er da laufen? Ja, also offenbar sind die Banditen noch hier. Kauendes Chameleon. Tja, wir müssen jetzt natürlich gegen sie vorgehen. Die haben unser Heimatdorf besetzt. Das geht nicht. Versuchen wir gerade ein bisschen was. Ach, guck mal, da hinten kommt er jetzt. Er setzt sich da hin. Was ist das? Was ist das? Ach komm, die entdecken mich doch sowieso bestimmt gleich. Ach, jetzt hänge ich hier an diesem Ding fest. Er läuft jetzt da entlang. Das heißt, wenn wir da hinten lang gehen, dann könnten wir den einen vielleicht schon mal in den Rücken stechen. Niemand. Er ist nämlich hier der Stärkergerüstete von beiden. Was ist das? Ach komm. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, schon noch Eier, aber... So, pass auf. Hüpps. Hüpps. Wer schießt da auf mich? Hat da gerade jemand mit einem Bogen auf mich geschossen? Tatsache, da steckt ein Pfeil in mir. Das muss ja jetzt nicht sein, oder? Ich ergebe mich. Ja, das ist mir ziemlich egal. Ich bin nicht unter einem Stein hervorgekrochen, sondern ich kam gerade aus Skarlitz. Das sei mal dahingestellt. Der Bogenschütze geht mir ein bisschen auf die Nerven da hinten gerade, aber... Soll er ruhig machen, wenn er meint, er müsste das so tun. Na gut, du gewinnt. Ja, ich gewinne, weil du bist tot. Das ist das Problem an der Sache. So, Herr Bogenschütze. Ja, ja, ich hab's gemerkt. Da. Für dich. Ein paar Schwertiebe. Noch jemand ohne Fahrschein. Niemand mehr ohne Fahrschein. Ja, sehr schön. Gut, wir haben ein bisschen Leben verloren. Unsere Rüstung ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen angedötscht, aber... ...die können wir ja jetzt bei uns zu Hause renovieren. Äh, renovieren vor allen Dingen. Die können wir reparieren bei uns zu Hause. Ach, guck mal, da ist noch einer. Die haben wir ja ganz übersehen. Guck mal, ich bin da, der Heinrich. Deine Gebete wurden erhört. Deine Gebete wurden erhört? Das glaube ich nicht. Aber du jammerst ja wie ein Mädchen. Mirka. Mirka. Na, komm. Da, wo musst du sterben? Bist du sicher? Qui-Gon? Das ist die Stimme von Qui-Gon-Gin. Es tut mir leid. So, Banditenlager wieder ausgehoben. Das macht mich sehr glücklich. Bisschen Plündergut können wir auch mitnehmen. Hier vor allen Dingen, seine Rüstung sieht relativ teuer aus. Kürass. Ja, sowas ist immer schön. Den Kettenpanzer lasse ich mal da. Die Handschuhe kann man gut verkaufen. Das kann man gut verkaufen. Dinge, die halt nicht so viel wiegen, aber relativ teuer sind. Gerade jetzt, wo wir noch so viel zum Ausbauen haben in unserem Dorf. Also, wenn ich da allein an die Schenke denke. Wenn ich an die Schenke denke. Dann ist es vielleicht relativ sinnvoll, wenn wir einfach möglichst nochmal hier ein bisschen Plündergut mitnehmen. Und vor allen Dingen, wir waren ja jetzt gerade mal hier in der Ecke. Also, normalerweise müssen wir ja immer ewig weit laufen, bevor wir dann mal jemanden finden. Oder sie finden uns auf der Straße. Der hat ja jetzt wirklich mal gar nichts dabei, was irgendwie sinnvoll ist. Ja, den Bogen könnt ihr ja mitnehmen. Der wiegt nicht so viel und das Ding hier. Und sein Schwert natürlich, der... Na, da. Die Duellklinge. Hatten wir schon mal so Duellklinge? Ich glaube nicht. Sieht ganz schick aus. Was machst du denn hier? Du kommst hier anmarschiert. Sagst nix. Niemal hallo. Muss ich dir mal vorstellen. Da kommst du als Bandit hier einfach so anspaziert fröhlich. Denkst dir, du setzt dich jetzt gleich ans Lagerfeuer mit deinen Freunden. Dann steht da vorne plötzlich ein fremdes Pferd vor der Tür. Und dann kommt jemand hier rausgestürmt und bringt dich einfach um. So, den Bogen nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Den Rest kannst du behalten. Das ist mir alles zu schwer. Ach, die Groschen sollte ich mitnehmen. So, das wäre ja zu schade. Ähm, was hat er noch mit dabei? Mhm, mhm, mhm. Das wiegt alles nicht so viel. Ringelblumenaufguss haben wir vor kurzem erst zwei verbraucht. Deswegen ist das ganz gut, wenn wir jetzt wieder einen mitnehmen. Und er hatte doch bestimmt auch mal ein paar schöne Sachen mit dabei. Kettenbeinlinge sind sehr teuer. Ja, ansonsten nehme ich halt die leichten Sachen mit, ne? Noch einen Ringelblumenaufguss und die Groschen. Und schon bin ich überladen. Das ist auch wunderbar. Die Axtnehmer mit Waffen lassen sich auch mal ganz gut verkaufen. Vor allen Dingen, weil... Ja, der Waffenhändler hat ja zum Glück... Ein anderes Konto als der... Hat man ihn schon geplündert? Ja. Der Waffenhändler hat ja ein anderes Konto als der Rüstungshändler. Das heißt, wir können von beiden ein bisschen Geld abstauben. Das ist immer ganz schön. Deswegen ist es immer sinnvoll, eine gute Mischung aus Waffen und Rüstungen mitzunehmen. So, ich packe den Rest mal aufs Pferd. Zack. Ach, das hier. Das kann ich eigentlich fallen lassen. Wir lassen diesen Blödsinn weg damit. So, ich packe jetzt mal nur das aufs Pferd, was auch wirklich Sinn macht. Den Rest schmeiße ich jetzt auf den Boden. Dann können sie nämlich davon ausgehen, dass sich hier offenbar jemand ausgezogen hat. Und nachdem er sich ausgezogen hatte, ging quasi die Mordorgie los. Also das ist für CSI Skarlitz, wird das hier ein Riesenfall werden. Und da tun sich Abgründe auf. Und da tun sich Abgründe auf, das sag ich euch. Und was? Nein, das Pferd kann nichts mehr tragen. Okay, Kopftuch weg. Gut, dann behalten wir die erstmal drin. Wir müssen, ich mach gleich, also... Da fällt hier mal gerade die ganze Kleiderkammer um. Ja, das kann man auch mal... Also ich schiebe das mal ein bisschen hin und her. Dann sieht es nämlich ein bisschen wilder aus, so nach richtiger Party. Sehr schön. So, ich mach jetzt gleich mal zwischen den Folgen. Wir machen mal gleich eine ganz kurze Aufnahmepause. Und zwischen den Folgen werde ich da mal rumreiten und überall Sachen verkaufen. Und möglichst das Pferd wieder komplett leer machen. Dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen finanzielle Mittel übrig. Das sollte nicht so schlimm sein. Was anderes werde ich nicht machen. Aber gut, das sind so Sachen, die packe ich ja nicht mehr mit in die Folgen. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte nach Ratai. Da müssen wir so oder so hin. Denn wir müssen ja mit Kunisch reden. Der jetzt ja vielleicht mitkommt. Das wäre schön. Dann haben wir nämlich einen alten Freund aus Galitzer Zeiten. Gut, er ist kein Freund in dem Sinne. Aber wir kennen ihn ja zumindest aus Galitz. Ein Wanderer. Guter Mann. Hey, kannst du mir den Weg weisen? Ja, aber sicher doch. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Wo soll's hingehen? Nach Samopech. Ich besuche meinen Vetter. Wo ist denn Samopech? Aus dem Stehgreif wüsste ich den Weg auch nicht. Aber lass mich mal sehen. Sicher doch. Mach's gut. So, du müsstest Samopech. Merhoyet. Wo ist denn Samopech? Das ist da unten. Das heißt, du musst hier rechts den Hügel rauf und dann nach Süden. Ja, ja. So, so, so müsste das sein. Wo soll's hingehen? Das hast du mir schon erzählt. Nach Samopech. So, du musst nach Osten Strom aufweist. Du musst nach Südenberg auf. Samopech liegt südlich. Auf dem großen Hügel. Ein gewundener Pfad führt dorthin. Hab vielen Dank. Gern geschehen. Lebe wohl. Na, guck mal, da haben wir unsere gute Tat für heute auch getan. Normalerweise entdecken wir auf dem Weg nur irgendwelche Leute, die uns ausrauben wollen. Und diesmal haben wir einen Händler entdeckt, beziehungsweise einen Reisenden, dem wir weiterhelfen konnten. Wir konnten mal was Gutes tun. Juchu. Ich bin so glücklich. Auf zum unteren Tor von Ratai. Jetzt kommen wahrscheinlich als nächstes Banditen. Und die haben dann den Händler auch schon verknuspert. Der liegt dann irgendwo tot in der Ecke rum. Ja, dann hat sich die gute Tat auch schon wieder erledigt. So ist das ja meistens hier. Also, neben Witcher 3 hat mich, glaube ich, Kingdom Come am meisten gelehrt, dass gute Dinge tun. Meistens darin endet, dass irgendwas Böses passiert. Und hier müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Ich glaube, in Ledetschko gab es auch noch eine Quest, die uns angezeigt wurde. Ich weiß jetzt gerade nicht. Das war aber keine Aktivität. Das war eine richtige Nebenquest. Da müssen wir mal einmal vorbeischauen und gucken, was das für eine Nebenquest war. Und es gab noch eine in Urschütze. In Urschütze können uns die Leute ja mittlerweile wieder... Ach, guck mal. Ist das der gleiche Wanderer oder ist das jetzt ein anderer? Warum ist es so dunkel? Du bist aber kein Wanderer. Du bist eine junge... Ich kann nicht weiter. Warum nicht? Was ist passiert? Schreckliche Dinge, Herr. Schreckliche Dinge. Gott strafft mich scheinbar. Aber ich weiß nicht, wofür. Diese Teufel töteten meinen Mann und nahmen mich. Ich bekam das Kind im Wald. Wie ein Tier. So bettle ich hier am Wegesrand. Nichts ist mir geblieben. Zeig milde, guter Herr. Ein paar Groschen her. Damit ich Milch für das Kleine kaufen kann. Ja, weißt du, was ich hier gerne machen würde, wäre natürlich zu sagen, kommt doch nach Pribislawitz. Da gebe ich dir eine Anstellung aufs Hausmarkt und dann kannst du dein Kind da versorgen und alles wird gut. Ja, aber das können wir leider nicht. Wir können ihnen tatsächlich nur Groschen geben. Oder was zu essen. Aber ich denke, mit den Groschen ist sie erstmal besser bedient. Natürlich. Bitte sehr. Danke, Herr. Möge Gott dich segnen. Na, schau mal. Schon zwei gute Taten vollbracht auf dem Weg nach Ratai. So viele gute Taten sind uns bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Also das erscheint mir jetzt doch relativ neu. Hm. Irgendwas Seltsames ist in der Welt vor sich gegangen. Die Matrix wurde verändert. Ach, guck mal, wie romantisch das mit dem Feuerchen da hinten aussieht. Wir müssten auch nochmal bei Teresa vorbeischauen. Ach, herrlich. Hier abends, ne, also wenn du im Sommer hier abends sitzt, hast dein Feuerchen hier knistern, kannst unterm Baum sitzen, trinkst dabei ein bisschen was, einen guten Wein oder ein Bierchen, hast hier den Fluss vorbei. Gut, du wirst natürlich von Mücken zerfressen bis zum Gehtnimmer. Aber trotzdem, es ist gemütlich, es ist entspannend, es ist ruhig, es ist wundervoll sowas. Also, wer sowas noch nicht gemacht hat, ich empfehle jedem mindestens einmal ein relativ schlichtes Lager irgendwo in der Natur aufzuschlagen. Naja, und da einfach die Zeit zu genießen und vielleicht auch mal nicht alle zwei Sekunden auf die Uhr zu schauen oder sich zu überlegen, was man auch alles für Termine hat. Das einfach mal ablegen und, ja, vor sich hin leben oder wie das eine Freundin von mir immer gerne sagt, verweilen. Ein wenig verweilen. So, ich glaube, der Kuhnisch ist aber jetzt schon im Bette. Den werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Und jetzt gleich kommen sie wieder und sagen, wieso hast du keine Fackel? Ich sehe es schon kommen. Ja, na gut, dann machen wir das so. Ich mache jetzt gleich mal ein kleines Folgenpäuschen. Werde zwischenzeitlich irgendwann nochmal Sachen verkaufen. Wahrscheinlich dann auch in verschiedenen Städten, weil ich kriege einfach nicht alles bei dem einen Händler hier los. Ich reite jetzt mal runter zu Teresa in unseren Hof. Da haben wir ja unseren, unser zweites Quartier, unser zweites Heim quasi. Nach Skarlitz ist der Hof da unten unsere Heimat. Ja, und dann werde ich die Sachen verkaufen. Werd ein paar Dinge drumherum regeln, nämlich nach Möglichkeit mein Lager nochmal sortieren. Denn ich glaube, die Kiste, die wir da unten stehen haben, die ist auch ein totales Chaos. Ja, und wenn das alles erledigt ist, das sind so Sachen, die sind wirklich stinkend langweilig. Das ist einfach nur Organisationskram. Das packe ich also nicht in die Folgen, sondern das mache ich so nebenbei. Der Müller ist noch auf. Der schuftet hier noch Tag ein Tag aus. Das finde ich gut. Und Teresa liegt wahrscheinlich schon im Bett. Sie hieß doch Teresa, oder? Habe ich den Namen richtig behalten? Ja. Ich gucke mal hier gerade mal in meine Kiste. Ja, da ist auch noch jede Menge. Ach, nee, das ist hier. Das ist die Kiste. Ach, du Jemini. Nee, das ist nicht die Kiste. Das ist... Naja, das ist die Kiste, genau. Da sind die ganzen Warhorse-Sachen drin. Ja, das ist auch noch ziemlich viel Chaos. Und Sachen, die wir definitiv nicht mehr brauchen. Großfahrt, das ist alles schwer gefärbt. Ach, eine Brigantine. Ja, ich wünschte mir, dass wir Rüstungen färben könnten. Das wäre ja schön. Anscheinend geht's ja, aber man kann's nicht selber machen. Das wäre großartig. Und vor allen Dingen hat Pribislawitz denn schon ein Wappen? Habe ich schon ein Wappen? Nein. Ich will mir ein Wappen machen. Da ist Teresa. Na gut. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Bis hierhin. Wir sehen uns wieder, wenn ich fertig bin mit dem Verkaufen und mit allem drum und dran. Im besten Fall dann morgen. Und dann werden wir mit Kunesch reden. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen kleinen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem höchst lüsternen Tschüss.